In einem Stromkreis können zwei Widerstände parallel geschaltet werden, was bedeutet, wenn man den Strom für einen Widerstand unterbricht, dann kann der Strom trotzdem durch den anderen Widerstand fließen. Bei solch einer Parallelschaltung gelten diese drei Formen. Die Spannung bleibt überall gleich. Den Gesamtwiderstand kann man so anhand der Teilwiderstände berechnen. Und die gesamte Stromstärke ist gleich zur Summe der Teilstromstärken. Widerstände können aber auch in Serie geschaltet werden. Das bedeutet, wenn man den Strom für einen Widerstand unterbricht, dann ist er automatisch für den anderen Widerstand unterbrochen. Bei solch einer Serienschaltung der Widerstände gelten diese drei Formen. Die Gesamtspannung berechnet sich als Summe der Teilspannungen. Der Gesamtwiderstand berechnet sich als Summe der Teilwiderstände. Und die elektrische Stromstärke bleibt überall gleich. Diese sechs Formeln heißen Gesetze von Kirschhoff. Alle Haushaltsgeräte wie Lampen, Herd, Waschmaschine usw. sind parallel geschaltet und unterliegen der Spannung von 230 Volt. Fällt ein Stromkreis aus, so können die anderen Geräte weiterhin funktionieren.